So meine lieben Freunde, hier seht ihr das Schiff jetzt auch mal in ganzer Pracht. Oben die Segel, gut die sind in der letzten Folge nicht ganz zur Geltung gekommen, weil wir das ein bisschen doof positioniert hatten. Aber das kommt davon, wenn man durch einen Disput ein bisschen abgelenkt ist. Ich schaue jetzt mal ein bisschen rein, dann habt ihr noch ein paar Detailaufnahmen. So sieht das auf dem Schiff aus, wenn es verlassen ist, bis auf den Gefangenen. Der sitzt hier unter dem Ruder drin. Da unten hat er die Meute noch liegen und das Katapult. Ja, dann hätten wir dieses LP abgeschlossen. Weiter noch. Hier kann man ja abnehmen. Seht ihr da noch den Gefangenen? Mit Ratte und Brot. Mit Ratte und Brot. Sehr schön. Ist ja nicht alleine. Hervorragend. Ja, hier unten ist wie unser Müllhaufen, der kennt er ja schon. Ja richtig. Und da ist unser Tobias, der sagt euch jetzt nochmal Tschüss. Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Let's build together Lego. Freu mich schon. Ja, vielen dank fürs Zusehen. Abo dalassen wie immer. Ihr kennt das Spielkino. Also bis dahin. Tschaui. Untertitelung des ZDF, 2020